So, hier sind wir jetzt zurück wieder bei Horizon, wieder mit einer Brutstätte, ja, ich habe mich jetzt durchgerogen und habe gesagt, gut, erstmal wieder eine Brutstätte, ich brauche halt den Input für meine Überschreibung. Wir schauen mal kurz, wo das ist, das ist hier Brutstätte Roh, Stupe 11 nur, Gott sei Dank, das heißt, es muss eigentlich schnell gehen. So, sie ist, zum Orientieren ist sie dort, genau in der Mitte der Karte sozusagen, da hier, wo der Fjord ist. Hier oben haben wir einmal Händler, Jagdbedarf, hier ist ein Jagdterritorium, Waffen der Loge, Großlauf, Jagdgebiet und dann geht die hier runter und dann ist hier eine Feuerstätte und dann ist hier gleich Brutstätte Roh. So, direkt rein, Stufe 11 ist natürlich eigentlich, sollte easy sein, mal gucken, das sind ja auch ein paar Wächter davor, habe ich gerade gesehen, die werde ich gleich direkt weg gesnipen und dann lüftert. So. Oder ich übernehme die einfach, mal gucken, bin mir nicht ganz sicher, was ich mache. Oder ich bin ganz sicher, was ich mache. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Überholt. Boah. Geh. Verstand. Oh, ist noch nicht kaputt oder was? Was? Sie haben mich gesehen? Ja, ist klar. Was ist denn da? Was ist denn da? Wir kommen gleich wieder und sind reaktiviert. Das geht natürlich auch anders. Ich habe es so gemacht. Wo liegt da noch einer rum da? Ups. Noch einer? Okay. Okay. Durch dieses Rohr läuft irgendeine Flüssigkeit. Was? Wie weit geht das hier noch runter? Ich scheine nicht die Erste zu sein, die einen Eingang gesucht hat. Was für ein Jammer. Ich habe überall Fackeln hingestellt hier. Es ist immer nett, dass sie den Weg beleuchtet haben für mich. Sie waren auch mal gierig. Aber ich bin besser vorbereitet. Genau. Ich habe nicht höheres Level. Viel bessere Wachen. Und weil die Releiter auch so ist. Das ist bestimmt drin. Oder wo ich jetzt noch gut bin. Dieses Runde Gerät? Wozu ist das gut? Soll ich noch rüber springen? Das ist richtig tot und das ist blöd. Das war das lang und blöd. Okay, alles klar. Wie lang? Rechts auf dieser Rolle da? Oder links? Ach so. Ich habe es verstanden. Ja, ich habe es verstanden. Oh. Ich habe es fast verstanden. Mann. Jetzt kriegen wir mal heran da jetzt. Äh, was? Ich erkläre es mir. Was ist denn los? Hä? Hä? Okay, ich verstehe es doch nicht. Ich muss wohl doch im Gegensatz springen und dann oben lang. Unten geht es nicht. Da werde ich irgendwie ab und runter geholt da. Also muss ich hier wahrscheinlich dann jetzt hier so ran springen. Und dann... Genau. Das war ich mit der Gegengesetzte Richtung. Ja, spring doch mal. Komm schon. Ja, so. Alles klar. So geht das jetzt. Wieder dieses Rauschen. Rauschen. Oha, geht es runter? Oh. 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 Ich muss irgendwie durch diese Hülle kommen. So, da oben geht es auch wieder lang. So, da oben geht es auch wieder. So, da oben geht es auch wieder. Hm, doch optimal. Da kommen sie. Wohin? Ja, okay. Soll ich da sein. Ich krieg die mal mit meinen Skills. Okay, mega das hier. So. So. So, wenn ich jetzt auch hier rumgespringe, dies das. So. 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 Da ist alles zu. Wo ist denn jetzt hin? Da ist es aber, dass wir stehen. Ich probiere es mal so. das sieht richtig aus, kommen wir noch nicht durch warte mal, müssen wir im Gegensatz springen glaube ich, oder? ich kann nicht springen, ich kann nicht springen oh, blöd blöd äh? oh, oh, nein oh jetzt springpassagen mag ich nicht mehr spielen komm mal hin, wir müssen kurz mal anrollen hier mal anmerken ich muss auch da ruhig aufzuspielen, das kann nicht sein scheiße man, sie mussten da hin durch komme ich da auf jeden Fall nicht da bin ich runter gestoßen boah, hier fahre ich wieder runter mädel nein aha das war jetzt eigentlich nur geraden aber es hat funktioniert oh, oh Gott ja Leute, so macht man das bisschen nervig, aber es funktioniert so, ich will jetzt ja nicht mal jemanden legen hier wieder oh oh ja, ja guck mal, ich guck mal urich looked nag, 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 nag Doktor schon mal喝 силverein ich Okay, dann wieder. Ja, da geht's weiter. Ja, oder? Die Maschinen sammeln Ruhe in der Wildnis und lassen sie hier fließen. Okay. Okay. Nein, ein Stück zu kurz. Und ab und zu muss ich sagen, bin ich auf die Scheiße. Oh. 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 Ja, so machen wir das jetzt mal nicht. Wenn ihr Low-Level seid. Nein, dann skype ich wieder. Wie einfach die Pfeile entzündet. Ach, Mann, mach ich hier noch. Äh, stark. Ich will mir gerade gar nicht, was ich mache. Aber egal. Obwohl ich so ein höheres Level habe, ey, ziehe ich mir noch ordentlich wie hier. Ey, krass. Okay, ruhig. Wie gesagt, wir können das natürlich auch komplett anders machen, ne? Also, das ist jetzt kein Verspeichwort, was ich dann machen. Überhaupt nicht. Ich bin schon wieder. So, Kärnau überbrücken wir nämlich hoffentlich durch, aber vielleicht kommt noch ein größer Gegner, ach das noch passen, ein größer Gegner, weil, der irgendwo ist, ich finde einen Weg durch die Luhe auf die Aufbeugungskammer, okay. Na, die Bootstelle ist schon ein bisschen mehr hier, obwohl es nur Level 11 ist, gut. Ach, ich bin noch gleich am Ende, krass. Da muss ich hin, in den Bauch dieser riesigen Bestien. Oh, das muss ich auch durchsprengen, hab ich hier sehen. Joa, geh hier mal weiter, ne, wie soll man sagen. Ich meine, ich kann mich schon mal abkürzen mit diesen komischen Behältern da oben. Mit den Low-Behältern auch. Da muss ich hin. Oh, sieht aber ganz gut aus der Weg bis jetzt. Das hat mal nix. Wie viel jetzt runterfallen oder so? Ach, ich muss dazu runter, okay. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Oh, oh, oh. So, das soll ja schnell zu schaffen sein. Das kann man abseilen hier, ja. Will. Ach, Mann. Oh, Mann. Ey, ich komme noch nicht weg! Das war für Obliga richtig schlecht, das machen wir natürlich auch anders. So jetzt muss ich mal kurz stoppen, ich bin gleich wieder da. Wahrscheinlich gleich zur Tür oben und fehlt gerade was. Doch nicht. Ich fange schon mal eben an hier, kurz zu gehen. Doppelange peak an. Wetter auf. Wetter auf. Das war's für heute. 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 Ja, mit diesem Bild verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Bild dann. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss.